Ich mach mal kurz mal Licht an und guck an. Die drei Minuten hast du. Drei Minuten für Licht! Das war super gefixt. Das hat einmal Klick gemacht, fertig. Weißt du, wenn ich Licht anmachen will, sag ich einfach nur Alexa, Licht an. Ah, hat's denn nicht gemacht. Das wäre super. Alexa, Büro Decke an. Es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen. Welches wolltest du? Eins. Es gibt mehrere Geräte mit diesem Namen. Welches wolltest du? Büro Decke zwei. Ah. Wir können dieses böse Wort. Ich hasse dich. Alexa, stopp. Maybe Black Mesa. Dass du das einfach so machen kannst, und sie hier nicht leuchtet, ist so scheiße. Aber das zählt doch als Lied, oder nicht? Ja, aber es ist Musik aus einem Spiegel, von daher kann man das eher verwenden, als so Gamer-Mucke. Na, Gamer-Mucke. Nehmen wir eigentlich wieder auf jetzt, oder ist das Just for the Lords? Äh, was? Natürlich nehmen wir auf. Das ist die Folge für Samstag, und dann die Folge für Sonntag, und weiß ich nicht. Warte mal. Warum hat er erst Lucio gepickt, und jetzt nicht mehr? Du hast doch Lucio gepickt, oder nicht? Warst du das nicht? Ne, dieser Johnny Depp war das. Nee, bei dir hat Lucio gep... Ja, aber Johnny Depp hatte Lucio, ja. Bei dir hat der Lucio bei mir aber aufgeblinkt, als das so passiert. Das war komisch. Oh! Oh, Jason's in the house, man. Wenn ich weiß, was Arab will... Ich spiel den Arab. Hallo, guys. Hallo, guys. Welcome to my YouTube-Channel. We're playing Overwatch, with Gorobai and Lu. Hallo. Das ist okay. Nein. Grup, Grup, Grup. Grup, 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 Grup. Grup, 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 Grup. They have a Hamster. Butcher Science. Maybe Black Mason. And a Pharaoh, just for you. Oh my god. Mercy is one, other. Das tut. Hemi is auch one. Hamme, Shremi. His wife стоит. His wife isn't still checking. Der Witz wird halt auch nicht Alten geben. Deine Freunde nennen ihn halt auch Hammy, ne? Oh, wups. Wupsi daisy. Wupsi daisy. Wupsi daisy. Ich war grad nicht in Position. Geht zurück, da ist eine Gitte. Oh, er so. Er chargert rein. Hammy ist in der Jones. Hammy ist in der Jones. Hammy ist in der Jones. Hilfe. Merci, Merci. Merci, Merci. Got it, got it. It. For her. For her. Ah fuck, wir haben eine Zarya. Hammy won. Ah ja, wir haben eine Zarya, ja. Aber die hat erst 52. Wird gleich mal wieder Zeit für einen soliden Beat, Freunde. Wenn der nicht solide wird, ne? Der wird richtig solide, Alter. Der wird richtig smooth. Ich schwör dir, das lohnt sich. Was haben die vor? Ich dachte, die kommen wieder links, aber... Oben kommen sie, glaub ich, lang. Huh! Hammy ist auf mich. Get back, get back. Area denied. Is there at the top? Get back to the... Get back to the top. Mach ich. Oh, scheiße. Aber die ist nicht gut. Hold it. Oh lol. Wo sind wir hier grade? Ihr seid draußen. Ihr seid wieder rein. Get back to the point. Ich hab mir grad ein Problem. Mercy verrennt. Kann ich nicht. Mercy verrennt. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ich kann nur zurücklaufen. Wo seid ihr denn? Das war grad nicht... Das war grad nicht möglich. Draußen. Links draußen. Ich weiß nicht, wieso die Gegner hier sind, aber... Naja, weil... War an... Die waren alle da draußen und hat unser Reinhard da geshattert und dann, ähm... Team Man ist jetzt hier. Der Sound wird solide, Alter. Total solide. Total solider Sound. Ich hab Pharah geholt, übrigens. Nice job, guys. Das war sehr weird, aber sehr effektiv irgendwie. Das war total die komische Ende. Ich hab Pharah... Pharah war schlecht. Ich hab Pharah grad... Pharah ist immer die Boden Pharah gewesen und ich hab sie geholt. Das war merkwürdig. Ich wünsch dir, ich hätte meine Perspektive aufgenommen, weil das war... Das war sehr merkwürdig. Die verlieren wir jetzt die Runde. Ich hab den Ball nicht in den Korb geworfen. Bei der ersten Runde hab ich getroffen. Jetzt verlieren wir die. Wenn das jedes Mal so wäre, ne? Das wär endgeil, dann würd ich genau mir merken, wo die Position ist. Und nicht immer nur so oft. Gut Glück drauf werfen. Du weißt ja, es darf nur eine... Also es darf nur einen Hanse mit Gold... Was? Du hast bei Gold... Abgeschnitten, ja. Es darf nur einen Hanse mit Gold... Geben. Achso, es darf nur einen Hanse mit Goldbogen in jeder Runde sein. Achso. Achso, da ist der zweite Hanse mit Goldbogen. Ne, weiß ich nicht, ob der Goldbogen hat. Rikette macht einen Abgang. Einen harten... Abhanse. Hammy, shrammy, low. Oh Gott. Wo will die mal hin? Wo will die mal hin? Ich weiß nicht. Die denkt sich, die könnte einfach an mir vorbeifliegen. Hat ne Nulpe. Ist der Junkred die Farah? Von vorhin? Ja. Passt irgendwie zu seinem Verhalten, dass er hier an den Tag liegt. Lass sie kommen, ich pup sie runter. Ich kann auch, ich kann auch pupsen. Was bist du denn? Ach Brigitte. Schon die ganze Zeit, du. Ey, oh Gott. Oh fuck, ich vergesse immer, dass wir Saya haben. Oh, hinter dir. Aber Saya hat auch nicht einmal Ulti gehabt, oder? Doch, in der letzten... Oh nein. In der letzten Runde. Geh der, komm. Geh der, low. Geh der, richtig low. Nice. Der war gut. Der war gut, der solide Beat, ne? Ja, der Beat war gut. Weil das Hammy ausgekontert wird. Nice stun. Turning defense into offense. Oh, sie ist low. Ja, lass ihn kommen. Lose. Ist gar nicht da, du hast gelogen. You're a liar. Ah, need help. Heil dich. Danke, danke. Hammy low. Hammy low. Ist da jemand on point? Oh. Ich. Ich hab Pfeile in mir stecken. Oh, ich hab Kill gekriegt. Spawn Kill. Ich bin auf dem Weg. Weg da, weg da, weg da, weg da. Links, 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 links. Ich hatte nicht vor, im Drachen stehen zu bleiben. Aber unsere Leute sind alle von vorne. Ist man Wolf, Lose? Weiß ich, keine Ahnung. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid. Drachen gehen anders aus. Ich hab wieder einen harten Headshot kassiert dahinten. Was machen die da? Hammy. Hammond on point. Hammond. Oh, now he. Er live. Er hat sich, glaub ich, umgebracht. Was macht die denn? So, warte. Oh, da, 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 da. Team man on the, on the front. Sie ist, hab sie. Hammond ist auch da. Shit. Kann sein, dass wir's einmal kurz verlieren. Nein, nein, nein. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir waren alle so gesplittet. Wir gewinnen. Mora sind nur auf dem Point. Oh, McCree hat mich gestunt. No, ich bin nicht da. Er hat mich nicht getötet. Oh, du tötest alles. Ja, mit den anderen. Nee, die anderen. Goro hat mich gerettet. Der hat McCree weggeschubst. Seht doch nur den Killfeed. Goddammit. Du tötest alles. Ich sollte einfach nur noch Brigitte spielen. Das funktioniert einfach. Rapp. Na, da noch den Schickenskin. Aua, die hat einen Hüftbruch. Die braucht eine neue Hüfte, die Mercy. Alter. Das war ganz zu Anfang hier. Schade, dass ihr es nicht mit dem Reinhard war. Ich gehittet. Mit dem Reinhard ist so lustig. Oh, lol. Oh, guck mal. Wir haben alle eine Karte. Oh, guck mal. Saria. Saria hat's verdient. Ja, Mensch. Das ist ja eine 5-Minuten-4. Ich hab nicht einmal mit der Sarah gekommen. Sarah gekommen. Mit der Saya gekommen. Die arme Sarah. Die arme Sarah. Jo, da haben wir jetzt auch eine Win. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Alles drin mit Win. Tschüss. Das kriegen wir nicht gestreckt. Wow. Oh, warte. Ich will meine Punkte noch sehen. Natürlich kriege ich das gestreckt. Hm, 2, 4, 4, 5. Okay. Season-Bestleistung. Alles klar. Haben wir jetzt 10 Minuten. Ich weiß nicht. Tschüss. Wir könnten noch eine Team-Death-Match-Runde dranhängen. Ich mach Feierabend jetzt.